So, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warrior 4. Das müsste Folge 33 bei mir sein. Und wir sind immer noch auf Wallkick Island. In die Smoke-Familie? Hi Sanji! Du willst heiraten! Was geht ab? Gehen Sie, Sanji! 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 Ihr billigen Piraten! Was soll das? Mein Name ist Pin-Smoke Sanji. Gehen Sie, Sanji! Gehen Sie, Sanji! Gehen Sie, Sanji! Ich bitte nicht! Deh, 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 deeh, 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 deeh! Ein unglückliches Duell! Sanji gegen Rafi! Fange Sanchi erneut ein, Niederlage... Raffi oder Nami werden besiegt? Okay, Nami macht mit. Wachstumskarte... Gehen wir jetzt mal in den Nichtrein, Wegel setzen. Was ist denn, Sanchi? Gehen wir, wir haben keine Grund, was ist das. Was ist das, was ich verletzte? Ich glaube, dass du nicht so schützt, was du nicht so schützt. Ich und du und du und du und du und du. Du bist hier, du hast du Geld, du hast du nicht mehr, du hast du nicht mehr. Ah, noch was zu essen? Okay. König Saki! Oh. Sein Schutzschild ist weg. Oh. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Wow. Auf dem Hinterkopf. Aua. Die Windsmokes. Oh. 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 Ich werde nur die Schwerde verhungern, ohne einen Koch. Oh, es geht weiter. Äh, schnell. Oder? Rote Punkte. Moment, da, Gegner. Oh, die Axt auspacken. Anführer, wo bist du da? Ja. Übernommen. Oh, Capone. Moment, dann schauen wir erstmal da rüber. Oh, die Axt auspacken. Und gleich nochmal ein Königs Haki hinterher. Der Capone besiegt. Irgendwer ist hinter mir. Ja. 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 Oh Gott, die greifen Nami an. Nami, ich komme! Axt! Nami, ich komme! Nami, ich komme! Nami, ich komme! Nami, ich komme! Blöde Bäume, geht weg! Oh! Ähm, Moment! Hops, schauen! Nami, alles gut bei dir? Ja! Nami, ich komme! 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 Nami, ich komme. degli das ging mal schnell. da können wir doch gleich noch eine mission machen stürme das schloss die männer moment jimbi oder brock ich glaube jimbi hatten wir schon gespielt testen wir prob mal wach auf wo sind wir moment was ist passiert Das war's für heute. Ich werde das ganze Leben wegnehmen. Mämm, 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 mämm. Oh, ich habe noch einen Geist. Wenn du dich für dich wünschst, dann komm her, Big Mom. Ich werde hier und mit dem Schlag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind alle, wir sind alle! Kacchan... Kann ich jetzt noch ein bisschen skillen? Nein, immer noch nicht. Big Mom! Äh, Big Mom! Ja, wenn ich mich nicht, dann kann ich was. Ich werde das beste Wettbewerb geben. Oh ja? Das war's für mich. Ich bin der Wettbewerb, Jinbe. Wie ist es, heute? Heute... Ich denke, dass du hier ein wichtiges Wort hast. Ich werde mich nicht verletzen, oder? Das war's für mich. Das war's für mich. Mama, das ist sehr schwer! Ich habe keine Ahnung, dass ich das Schleifel habe! Das ist doch nicht so, dass ich die Mugiwarrer rauskomme. Ich habe die Schleifung des Schleifers. Rufi hat diese Schleifung... Wenn ich diese Verkaufsdrehen werde, dann bin ich auch meine Freunde. Außerdem werden wir auch in der Ost-Bloor leben. Deswegen habe ich entschieden, dass ich die Verkaufsdrehen werde. Ich bin jetzt fertig. Sanji? Pudding? Hey, Pudding! Ich bin weg! Ich bin weggegangen! Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ich bin ein Schmerz. Ich bin wirklich... Entschuldigung. Ich bin... Pudding... Ich bin ... ... als Sanji zu zeigen. H-hä? Aber... ... bitte in Ordnung. Ich bin weggegangen. Du hast mich vor zu heiraten? Was? Die Mama und ich ... ... der ... ... wirst ... ... mich in der Zeit ... ... zu töten. Wie bitte? Gott, Hüde trinkt ... ... und ich ... ... werde ich auch ... ... in welchem Weg gehen ... ... wie eine schwere Zauberin ... heilige Scheiße was ist in dich gefahren lebt wohl so können wir jetzt endlich prox killen der liebiger verbündeter wird besiegt wir haben die niederlage alles klar karte wo ist das nächste da müssen wir oben lang schauen 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 leben brauchen wir glaube nicht so bisschen angriffskraft volle kraftbürste verstärken und damit zur vorbereitung für milch technik so so verteidigung ja angriff so das sollte doch reichen ach äh das lassen wir mal aber hier führung nehmen wir rein so 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 absolute absolute anführer so muss reichen dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten mal tschüss und tschau bis zum nächsten mal Das war's für heute.